So, willkommen zurück bei Deadpool. Wir sind auf dem Weg zu Magneto's Citadelle. Was ist denn der? Ah. Und wir müssen erstmal hier wieder... Erstmal ein paar Mobs hier ausschalten. Hm, wo ist denn da jetzt der Fliegetyp hier hin? War doch eben noch hier. Ja, ja, es ist schon klar. Wieso kriege ich keinen Fokus da auf den drauf? Ah, jetzt. Hm. Keine Munition. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier nicht beim Springen hier gestört werden. Äh, denn ich bin mir immer noch nie so hundertprozentig sicher, wo wir hin müssen. Da ist eine Kiste. Wollen wir die Kiste haben? Oder ist es keine Kiste? Ist es überhaupt der Weg? Ich denke mal, das ist der eigentliche Weg. So, sehr schön. Kommen wir da rüber. Ja. Äh. Äh. Wo hat er uns denn jetzt hier wieder abgesetzt? Na toll. Wieder... ... ... Ganz am Anfang. Ah! Mist. Da bin ich nicht gesprungen. So, das haben wir geschafft. Deswegen, man braucht... ... Brauch halt drei Anläufe. So, die haben wir auch fertig gemacht. Und da ist dann der... ... die nächsten Pfeifen. ... Wo? So, dann... ... dann kommt mal her. Zeigt euch mal. Okay, dann halt... ... nicht. 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 Boing! Open fire! Boing! 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 Okay, aber dass die Schaden bekommen, wenn die mich hauen, finde ich gut. Ja, ja, bin ja dabei. Ich muss ja erstmal wieder hier meinen Weg planen, wo ich hin muss und will. Ich bin jetzt ein Spiel. Hey, jetzt ist es die Zeit, die Zeit, die Zeit. Blut, blut, blut. Also, wo ist es? Wo ist was? Das große, schade Frage. Oh, du hast gesagt, wo sind wir jetzt? So, aber wo müssen wir hin? Hm. Ach, da rüber. Sehr wahrscheinlich, hoffe ich. Wow, that Citadel is huge. Magneto like Big Big. Yeah, but I bet his wee wee is tiny. Hello, compensation. Und wieder umschalten auf irgendwas anderes. Oh, ho, 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 ho. In his face. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. So, wer schießt denn noch alles auf mich? Oh, könnt ihr das mal sein lassen? Äh, super. Jetzt hab ich für, ja, gar nix Munition. Oh, that sounded like both Uh, yeah, yeah Uh, ah What? Hey, maybe do it slower next time. What do you think? Sharp, right? Yeah, congratulations. You stabbed somebody. So. Auch kaputt. Ja, da schießt auch noch einer auf mich, aber... Wir poorten jetzt erstmal hierhin. Ja! 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 2 extra slices for just $9.99 Now these should come in handy So, wo ist er? Ja, aber die Kamera ist wirklich zum Mäuse melken Ich glaube von da sind wir mehr oder weniger gekommen Äh Ja, der. Ja, der. Er hat die Maschle. Ich liebe die Maschle. Oh, mein Herr. Ich bin Schmalker. Oh, mein Herr, ich bin Schmalker. Ich bin so freaky auf der Derexplor. Uh-oh. Yoink! If at first you don't succeed, try left feet. So. Ah, da müssen wir wieder ein bisschen ausweichen für einen Moment. Bullets, how convenient. Ja, wir sollten uns dann auch nicht irgendwie an so einen Pfosten porten. Das ist Ihr Ende! Das ist nicht. Ah! Ein Hochschul! Hat ihn mit einer Butter? Funksophon! Ein Rundwerk! Wir sind gut, die Begrüßungen! Possible? Wie viele Schmutzige Klappen muss es um zu töten zu töten? Ein Millionen. Haha, ich schraubte dich. Du kannst nicht töten. Du machst unsere Hände. Ich werde dich insidisch ausziehen. Ich werde dich insidisch ausziehen. Ah! 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 You will never survive it all. This is gonna hurt you so much. Oh. Oh. If I cut you, do you not really? Hardly worth my time. Ja, ja, lass mich mal hier borten irgendwie. Come out, bro. You what, mustered with that? Is that my best? Ow. Was kommt jetzt? Ich würde ja gerne da hochspringen. Oder kommt man irgendwie von anders da hoch? Ah ja, hier kommt man hoch. Ah, fuck. Das sind halt, wenn die mit ihren komischen Gewehren da... Also den ganzen Blödsinn nochmal von vorn. Das hätten sie ja auch irgendwie nach den einzelnen... Nach den einzelnen Wellen da auch irgendwie mal speichern können. Wäre irgendwie sinnig gewesen. Oh, ja. Och, komm. So, könnten wir jetzt bitte mal wieder hier ein bisschen heilen? Oh, nasty slide. Should've used the bye-bye. Oh, shit. Ah. Ah. Ich bin großartig. Ah, komm, jetzt bleib doch nicht hier. Immer an den scheiß Ecken hier hin. Ah, so, jetzt stürb du mal. Na, Troll. Ja, aber ich würde auch jetzt sagen, die Folge ist hier an der Stelle zu Ende und wir spielen dann in der nächsten Folge da weiter, in der Hoffnung, dass es dann besser funktioniert. Jo, bis dahin. Bis dahin.